Hi, hier ist dein Steffenkirchen. Wie verhindert man Streit in der Familie? Ganz gleich, ob in der Vorweihnachtszeit oder am Weihnachtsabend oder bei Familienfesten oder wann auch immer. Wie schafft man es in der Familie, sich weder mit Vater, Mutter, Brüdern, Schwestern, weiteren Verwandten, wie schafft man es, sich in der Familie weniger zu streiten? Dass dieser Familienstreit, den es manchmal auch gibt oder Diskussionen, dass das nicht eskaliert. Genau darum geht es in dieser Folge. Und übrigens, es geht nicht nur um Streit in der Familie, sondern es geht auch um Streit unter Freunden, Streit vielleicht am Arbeitsplatz. Wie schafft man es einfach, Streit im Leben so oft wie möglich zu vermeiden? Lass uns hinschauen. Drei entscheidende Tipps habe ich da für dich, die dir extrem viel weiterhelfen werden, nicht nur Streit aufzulösen, wenn er da ist, sondern ihn wirklich zu vermeiden. Los geht's! Also wer kennt es nicht, gerade so vielleicht in der Vorweihnachtszeit oder vor großen Festen, vor großen Familienzusammenkünften, wenn alle zusammenkommen und man mehr Zeit hat, sich miteinander zu beschäftigen, weil man gezwungen ist, weil man vielleicht in einem Raum sitzt oder so tun soll, wie wenn man sich eigentlich gut verstehen würde. Ja, es ist nicht immer so einfach, gerade auch in der Familie sind Streitigkeiten, glaube ich, etwas, was man nicht immer verhindern kann. Aber wenn der Streit schon da ist, kannst du einiges dafür tun, dass das Ganze nicht eskaliert, dass das Ganze zu keiner Katastrophe wird, die dann vielleicht noch Wochen oder Monate länger so dahin schwelen. Wichtig ist, glaube ich, auch Diskussionen sind immer sehr, sehr wichtig, also eine gewisse positive Streitkultur zu haben, ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade in einer Familie ist ein gesunder Streit, also eine Diskussion in der Sache sehr, sehr gut. Das Problem wird immer, wenn es dann persönlich wird und da habe ich jetzt drei entscheidende Tipps für dich, die dir helfen sollen, dass dieser Streit gerade auch in der Familie oder unter engen Menschen, engen Beziehungen, auch in der Partnerschaft zum Beispiel auch, dass das nicht zu persönlich wird, dass da nicht tiefe Verletzungen dann auch passieren. Also, lass uns anfangen. Was sind diese drei Punkte? Der erste Punkt ist, wenn du Streit hast, wenn so ein Streit entsteht, das Wichtigste ist, hör auf, von den anderen zu sprechen. Erzähl nicht den anderen, was sie zu tun oder was sie zu lassen haben. So nach dem Motto, du darfst das aber auf gar keinen Fall machen und du hast damals gesagt und du machst doch immer so und so und du darfst nicht und du musst und du sollst. Wenn du mit den Worten immer bei den anderen bist und den anderen sagst, was sie zu tun und zu lassen haben, dann erzeugst du mit diesem Druck auf die anderen Gegendruck. Das heißt, du erzeugst immer mehr von dem, was du eigentlich gar nicht willst. Das heißt, mein erster Tipp ist ganz klar, bleib bei dir. Red von dir. Wenn dich irgendetwas geärgert hat, wenn jemand was gesagt hat, zum Beispiel in einer Familie, was dich verletzt hat, wo du dich zurückgesetzt oder kleingemacht fühlst oder persönlich angegriffen fühlst, dann sag dem anderen nicht, hey, so darfst du das doch nicht sagen und du kannst das doch nicht machen und das ist doch das Allerletzte von dir. Und warum hast du das jetzt schon wieder gesagt? Das hast du damals auch schon gesagt und immer auf mich drauf. Red von dir. Sprich von dir. Atme erst mal dreimal ruhig durch. Reagiere nicht sofort. Gib deinem Kopf ein bisschen Zeit, ein bisschen runterzufahren. Und dann nach 30 oder 60 Sekunden frühestens gehst du zu der Person und sagst, du hast doch jetzt gerade das und das gesagt. Für mich hat sich das so angehört, als ob du meinst, für mich fühlt sich dieser Satz so und so an. Also erzähle dem Gegenüber, was dieser Satz oder dieses Verhalten, das du bei der anderen Person gesehen hast, in dir bewirkt hat, was es in dir ausgelöst hat. Also erzähle von deinem inneren Gefühl. Und in der Regel ist es so, wenn du einen gerade in einem Familienmitglied zum Beispiel auch hast, das vielleicht dann irgendwas gesagt hat, das ist demjenigen total unangenehm, wenn in dir ein schlechtes Gefühl entsteht. Wenn derjenige natürlich auch wollte, dass er dich verletzt, ist es nochmal eine andere Sache, dann müssen wir ganz anders sprechen. Dann musst du hier Grenzen setzen, dann musst du auch wirklich hier für klare Verhältnisse sorgen und dich auch durchaus verteidigen. Aber in der Regel wollen andere Menschen eigentlich verletzen, sondern sie sagen bestimmte Dinge aus dem Affekt heraus, aus den Gefühlen heraus und bedenken gar nicht, was das bei dem anderen vielleicht auch auslöst. Deswegen erzähle von deinen Gefühlen, erzähle, was du fühlst, wie sich das schon mit dich anfühlt. Ja, du darfst auch sagen, das hat mich verletzt, das tut mir weh, das gibt mir ein schlechtes Gefühl oder was auch immer. Aber erzähle von dir und somit hast du nicht diese Aggressivität auf den anderen und somit entsteht dann nicht so ein Angriff-gegen-Angriff-Spiel, wo das Ganze sich dann immer weiter hochschaukelt und dann eskaliert. Das ist also mein Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist, bewerte nicht das Verhalten des anderen die ganze Zeit. Das heißt, spiel nicht die ganze Zeit Richter. Das darf der sagen, das darf der nicht sagen. Gerade auch im Familienkreis, gerade in der engsten Partnerschaft oder Familie, wenn Streit entsteht, dann machen wir das ganz häufig, dass wir im Endeffekt Richter spielen und die anderen verurteilen für das, was sie getan haben oder vielleicht auch nicht getan haben oder wie sie bestimmte Dinge getan haben oder was sie gesagt haben, was sie nicht gesagt haben, was sie hätten mal sagen sollen oder besser mal anders gesagt hätten, wenn sie mal ein bisschen drüber nachgedacht hätten. Und weißt du, dieses Richterspielen, dass wir Verhalten und Worte von anderen als richtig oder falsch, als positiv oder negativ einteilen, weißt du, da muss man halt so einfach überhaupt gar nichts können, um so ein Richter einfach zu sein an dieser Stelle. Das ist so einfach, Menschen so zu beurteilen. Die viel spannendere Aufgabe für einen Menschen, der, sage ich mal, auch ein bisschen, naja, sich schon weiterentwickelt hat, der vielleicht schon ein bisschen eine Stufe weiter ist über dieser banalen Verurteilungsstufe, ist dir mal zu überlegen, warum hat dieser andere Mensch da drüben das gesagt? Das heißt, überleg dir doch mal, wie fühlt sich dieser Mensch gerade, dass er so einen Satz gesagt hat, dass er so ein Verhalten an den Tag gelegt hat, dass er so reagiert oder dass er sich eben so verhält. Das heißt, vielleicht kannst du diesen Satz, den die Indianer immer so schön sagen, für dich ein bisschen ein Leben integrieren, dieser Satz heißt, verurteile nie einen Menschen, solange du nicht mindestens einen Tag in seinen Mokassins gelaufen bist. Das heißt, stell dich mal in die Schuhe des anderen und versuch mal zu verstehen, wie sich dieser Mensch fühlen muss, dass er sich so verhält. Verhalten zu verurteilen, als richtig oder falsch zu bewerten, das ist ganz einfach, zu verstehen, warum der Mensch das tut und somit ein bisschen Einfühlungsvermögen und Mitgefühl zu bekommen, ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, das ist eine andere Aufgabe. Das heißt nicht, dass das Verhalten deswegen in Ordnung ist. Das heißt nicht, dass alles entschuldigt ist. Es bedeutet, Verständnis zu kriegen und das nimmt dir dieses Gift raus und damit erzeugst du nicht so eine riesige Streitmaschinerie dann mit dem anderen. Ja, und damit kommen wir zu meinem dritten Tipp. Und mein dritter Tipp ist ganz einfach, nimm die Dinge nicht persönlich. Tja, das ist so leicht gesagt, ja Steffen, wenn du, du kannst ja leicht reden von außen. Bleib cool. Ich erkläre dir, was ich damit meine. Mit nimm es nicht so persönlich meine ich ganz einfach, der andere meint gar nicht dich. Wenn ein anderer was über dich sagt, wenn ein anderer irgendwie in der Familie zum Beispiel dann so vielleicht sogar fast eine Beleidigung sagt oder dich herabsetzt oder dich so ein bisschen blöd anmacht, damit möchte er eigentlich gar nicht dir was antun, sondern jeder Mensch tut alles, was er tut, aus dem Wunsch heraus, sich selbst besser zu fühlen. Das heißt, es geht den Menschen immer um ein eigenes Gefühl. Das heißt, das, was Menschen sagen und wie sie es sagen, das, was Menschen tun und wie sie es tun, das hat mit ihrem eigenen Gefühl zu tun. Sie versuchen ihr eigenes Gefühl besser zu machen oder ein schlechtes Gefühl, das sie haben, auszumerzen. Und daher kommt dieses Verhalten. Das heißt, der will dir nichts antun, sondern er versucht, sein eigenes schlechtes Gefühl in den Griff zu kriegen. Und anstatt den anderen anzugreifen dann und zu verurteilen, wäre vielleicht mal ein besserer Satz, dass man einen anderen fragt, hey, ist bei dir eigentlich alles okay? Ist bei dir alles in Ordnung? Was ist los, dass du so einen Satz sagst? Kann ich dir irgendwie helfen? Geht es dir irgendwie nicht gut? Und ich glaube, das ist ein viel besserer Satz. Manchmal endet sowas, habe ich selber schon erlebt, bei Tränenausbrüchen. Die anderen wollten eigentlich den anderen gar nicht verletzen oder angreifen, aber sie wussten nicht hin, wohin mit ihrer eigenen Energie und Aggression oder Enttäuschung und so weiter. Und dann werden die Leute, und das kennen wir doch auch von uns selber, dann werden die Leute ungerecht. Aber eigentlich ist es nur deswegen, weil die Leute ihr eigenes Gefühl für sich selbst versuchen auszugleichen und vielleicht keine bessere Wahl in dem Moment finden oder vielleicht auch keine Wahl kennen. Sei du derjenige, der hier einen Schritt weiter geht und das Ganze aus einer höheren Ebene betrachten kann, beobachten kann und dementsprechend ein bisschen reifer reagiert. Das wird dich auch stolz machen und das vermeidet viel, viel Streitpunkte in der Familie, im Freundeskreis, in der Partnerschaft. Ich wünsche dir dabei sehr, sehr viel Erfolg. Ich wünsche dir eine tolle Zeit mit deinen Lieben. Genieß diese Zeit mit diesen Menschen. Man kann von jedem was mitnehmen, man kann von jedem was lernen. Und mich würde sehr, sehr interessieren, wie dir diese Punkte geholfen haben beim Austausch mit deinen Mitmenschen. Ob es dir geholfen hat, den einen oder anderen Streit zu vermeiden. Und ja, wenn du mir das mitteilen möchtest, dann am besten unten in den Kommentaren. Und vor allem, wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr Impulse von mir möchtest und vor allem in Zukunft immer informiert sein möchtest, wenn ich ein neues Impulsvideo hochlade, dann abonniere diesen Kanal und zwar aktiviere unten die Glocke. Denn nur wenn du diese Glocke aktivierst, dann bekommst du automatisch immer eine Nachricht, dass ein neues Video mit wertvollen Inhalten von mir hochgeladen wurde. Also Glocke aktivieren und jetzt raus zu den Menschen und schaff Frieden in der Welt. Kein Streit. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut.